Ja, recht herzlichen Dank für die Einladung hier zum Tag der offenen Tür nach Landsberg, der ich sehr gern gefolgt bin. Ich bin ja hier ganz aus der Nähe, stamme aus Augsburg. Und ja, ich möchte Ihnen heute was über einen spannenden Wissenschaftszweig erzählen, mit dem ich mich seit einigen Jahrzehnten schon beschäftige. Einige wissen ja von Ihnen, ich bin Spezialist für Meteorite, sammle diese kosmischen Gesteine auch seit über 40 Jahren und interessiere mich in dem Zusammenhang natürlich auch für die Löcher in der Erde, die von größeren Meteoriten und Asteroiden geschlagen worden sind, also für die Einschlagskrater. Und darum, um dieses Thema, um die kosmischen Bomben und die Narben der Erde, soll es in der nächsten knappen Stunde gehen. Sollten Sie eine Frage haben, können Sie entweder durch Zwischenruf, wenn es was Dringendes ist, mich kurz fragen oder dann im Anschluss gerne noch Ihre Fragen stellen. Meteoriten-Einschlagskrater sind in unserem Sonnensystem allgegenwärtig. Am einfachsten sieht man die natürlich durch einen Blick auf den Mond, denn der ist übersät von Meteoritenkratern. Die Tatsache, dass der Mond keine Atmosphäre hat, führt natürlich dazu, dass alle Körper, die mit diesem Himmelskörper zusammenstoßen, mit voller kosmischer Geschwindigkeit einschlagen. Und diese Geschwindigkeiten liegen bei 10 bis 70 Kilometer pro Sekunde, sind also gigantisch hoch. Dementsprechend ist der Mondkrater übersät. Auf der Erde sind wir ja Gott sei Dank geschützt durch unsere Atmosphäre, die die kleineren und mittelgroßen Körper abbremst, teilweise zu Meteoritenfällen macht, was uns sehr angenehm ist, aber doch in fast 200 Fällen auch zu Kraterbildungen geführt hat. Kosmische Einschläge, das klingt jetzt so bedrohlich und zerstörerisch, aber diese Kollisionen von Körpern in unserem Sonnensystem, das kann auch ein sehr kreativer Prozess oder ein positiver Prozess sein. An diesem Schaubild, das ich Ihnen hier mitgebracht habe, möchte ich Ihnen zeigen, dass in der Urzeit unseres Sonnensystems, als sich erst die Ur-Erde gebildet hatte, nach kurzer Zeit ein etwa marsgroßer Körper mit der Erde kollidiert sein muss. Und dabei ist sehr viel Material des Erdmantels ausgeschleudert worden. Das hat sich dann wieder zusammengeklumpt in einer Erdumlaufbahn. Und daraus ist unser sehr großer und relativ nahe bei der Erde liegenden Mond geworden. Erstens mal ist das natürlich was Stimmungsvolles, dass wir auf der Erde einen Mond haben. Es ist aber auch was sehr Positives insofern, als sich durch Gezeitenreibungen zwischen Erde und Mond die Rotationsgeschwindigkeit der Erde verlangsamt hat. Ohne diesen Einschlag damals und ohne die Tatsache, dass wir einen Mond hätten, hätten wir hier Rotationsgeschwindigkeiten an der Erdoberfläche und dementsprechend Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 Stundenkilometer, also ein Terrain, das also sehr lebensfeindlich gewesen wäre. Vielleicht war es sogar dieser Meteoriten- oder Asteroiden-Impakt damals schuld, dass wir heute überhaupt auf unserer Erde existieren. Es gab damals diesen großen Einschlag, aber auch heute gibt es immer noch vor allem im Asteroidengürtel zwischen den großen Planeten Mars und Jupiter Zusammenstößen von Asteroiden, sodass diese Fragmente mehr oder weniger groß dann auf andere Bahnen und somit auch auf Kollisionskurs mit der Erde kommen. Und dann kommen wir zu einem allbekannten Phänomen, wenn kleinste Partikel in die Erdatmosphäre mit hoher Geschwindigkeit eintreten, dann sehen wir Meteore, Sternschnuppen, wenn die heller sind, bezeichnet man sie auch als Feuerkugeln oder Boliden. Und ich habe Ihnen hier an diesem Schaubild mal aufgezeigt, das hier ist die Erde, die Höhe über der Erde in Kilometern, 10 Kilometer, 100 Kilometer, dann sehen Sie schon, 10 Kilometer, das ist eine Höhe, da waren Sie vielleicht schon mal mit dem Interkontinentalflugzeug 10.000 Meter Höhe, diese Höhe kennen Sie aus eigener Erfahrung, aber die Meteore, die Sternschnuppen, die leuchten viel, viel höher zwischen 120 und 80 Kilometer Höhe auf. Fragmente von Meteoriten, die vielleicht Kilogramm oder Zentner schwer sind, die erzeugen dann Feuerkugeln, die die Nacht taghell machen können und diese Körper dringen auch wesentlich tiefer in die Erdatmosphäre ein, 40, 30, manchmal sogar 20 Kilometer und dabei verlieren diese Körper sehr viel Material. Deswegen kommt auch sehr wenig unten am Boden an. Typischerweise verliert so ein Asteroidenfragment 90 bis 99 Prozent seiner Masse, das heißt die Kleinen werden alle komplett aufgerieben in der Atmosphäre, nur Stücke, die Anfangsmassen von einigen hundert Kilogramm haben, die können es schaffen bis zum Verlöschpunkt und der Verlöschpunkt nahezu aller Feuerkugeln liegt so minimal bei 20 Kilometer Höhe. Dann sind die Körper so stark durch die Atmosphäre abgebremst, dass sie aufhören zu leuchten. Genau genommen leuchten ja auch nicht die Körper selber, sondern es wird die Lufthülle zum Leuchten angeregt. Das ist das, was man als Meteor, als Feuerkugel sieht. Und wenn an diesem Verlöschpunkt noch Masse übrig ist, wenn noch einige Kilogramm übrig sind, dann können die im unbeobachtbaren Dunkelflug völlig unbemerkt noch in mehreren Minuten bis zur Erde sinken im freien Fall. Diese lange Strecke der Feuerkugel wird in wenigen Sekunden zurückgelegt aufgrund der hohen Geschwindigkeit und hier ist der Körper dann abgebremst und die Meteorite brauchen selber noch wenige Minuten bis zur Erde. Das ist jetzt ein typischer Meteoritenfall, wie wir ihn vor einigen Jahren in der Nähe vom Schloss Neuschwanstein zum Beispiel hatten. Da werde ich dann auch noch ein paar Bilder zeigen. Es gibt aber ganz große Ausnahmen. Kommen Massen im Bereich von einigen hundert Tonnen, dann ist die Erdatmosphäre nicht mehr in der Lage, solche Körper mit großer Masse und großer Geschwindigkeit effektiv abzubremsen. Und diese Körper schlagen dann in zwei bis drei Sekunden durch die komplette Atmosphäre, schlagen mit kosmischer Geschwindigkeit bis zu 300.000 Stundenkilometer auf der Erde auf und dann erzeugen sie hier Einschlagskrater. Und um die soll es heute schwerpunktmäßig gehen. Das passiert aber relativ selten, weil diese großen Körper eben seltener sind. Ich sage, der normale Meteoritenfall wie bei Schloss Neuschwanstein ist sozusagen das eine Extrem, das häufig vorkommt. Das seltene ist das andere Extrem, ein großer Körper, der auf der Erde einschlägt und einen Krater erzeugt. Und dann gibt es aber auch noch einen Zwischenbereich. Stücke, die zu groß sind für einen normalen Meteoritenfall und doch zu klein, um einen Krater zu erzeugen. Und sowas ist auch selten. Gab es aber vor über 100 Jahren in Sibirien. Sie haben bestimmt schon mal vom Tunguska-Phänomen, vom Tunguska-Ereignis gehört. Auch das möchte ich etwas näher später beleuchten. Also Hauptthema sind die Meteoriteneinschlagskrater. Hier sehen wir einen der berühmtesten, den Arizona-Krater in der Nähe von Flagstaff in USA. Ich war vor einigen Jahren mit meinen Zwillingen und mit meiner Frau dort. Sie sehen hier einen der Eisenmeteoriten, die diesen Krater geschlagen haben, sind im Museum ausgestellt. Über die genauen Eigenschaften und Größe dieses Kraters erzähle ich Ihnen nachher noch was. Hier nur noch mal zum Gegenüberstellen das andere Extrem, der normale Meteoritenfall. Im Jahr 2002, am 6. April hat sich ja beim Schloss Neuschwanstein dieser berühmte Meteoritenfall ereignet, den wir vom DLR aus mit unseren Meteor-Kameras fotografiert haben. Mit zehn Kameras konnten wir die Feuerkugel ablichtend, eben entsprechend Berechnungen der Flugbahn anstellen und aufgrund unserer Hinweise konnten dann drei Meteorite diese drei Stücke von insgesamt sechs Kilogramm gefunden werden. Da sieht man dann auch schön, wie ein klassischer Meteoritenfall abläuft. In einer Höhe von knapp 100 Kilometer kam eine Steinkugel von 300 Kilogramm Masse mit 20 Kilometer pro Sekunde angerast, hat vier Sekunden lang aufgeleuchtet in der Atmosphäre und in knapp 16 Kilometer Höhe war der Körper dann so stark abgebremst und abladiert bis auf 15 Kilogramm bis auf vielleicht Fußballgröße und diese Fragmente, die hier übrig geblieben sind, die sind dann in einem Dunkelflug von mehreren Minuten auf die Erde gefallen und konnten dann hier in dem Bereich hinter dem Schloss Neuschwanstein systematisch gesucht werden. Das war jetzt ein Meteoritensuche, ein Meteoritenfund nach Ansage. Es war der fünfte Meteorit, der überhaupt in Bayern gefallen ist, also eine ganz, ganz seltene Sache und im letzten Jahr 2014 ist auch noch was ganz Interessantes passiert. Da ist sogar ein Zufallsfund in Bayern gemacht worden von einem echten Meteoriten. Nach dem Neuschwansteinereignis bin ich natürlich bombardiert worden. Da waren viele Fernsehberichte und war in Zeitungen über den Meteoritenfall zu lesen und es waren Hunderte, es waren fast tausend Leute, die mich angeschrieben, angerufen haben, mir Bilder geschickt haben, Gesteine vorbeigebracht haben. Alle dachten, dass ihre Funde ja fast so ausschauen wie die Neuschwansteinmeteorite oder doch ganz bestimmt vom Himmel gefallen sind, denn die Leute hatten ja neulich eine Feuerkugel gesehen und die ist bestimmt gleich hinter dem nächsten Haus oder hinter dem Wald niedergegangen und was die Leute dann finden, bringen die halt an. Das ist eine reine optische Täuschung, dass Meteoriten in nächster Nähe niedergehen. Meistens ist das nicht hinter dem nächsten Wald, sondern einige hundert Kilometer entfernt, weil sie eben in so großen Höhen in der Atmosphäre aufleuchten. Jedenfalls bei den 800, 900 Gesteinen, die ich begutachten durfte, war alles dabei. Teerbrocken, Eisenerz, Hämatit, also normale irdische Gesteine und letztes Jahr kam tatsächlich ein Mann aus der Nähe von Dachau, der bringt mir einen echten Meteoriten. Also Zufall, aber ganz tolle Sensation, der war auch auf einer Sonderausstellung letztes Jahr in München auf der Mineralienmesse zu sehen, ein 1,4 Kilogramm schwerer Steinmeteoritz, schon recht verrostet, weil er schon einige Jahrzehnte auf der Erde lag. Der ist im Jahr 1956 von diesen beiden Männern, die damals knapp 18, 19 Jahre alt waren, gefunden worden und wirklich über die Jahrzehnte aufgehoben worden, weil die beiden Jungen damals dachten, das muss was Besonderes sein. Und über ihren Jugendfreund Hans Hartl haben sie mich dann kontaktiert und nach 60 Jahren konnte dann tatsächlich bestätigt werden, dass dieser Stein, den ich dann angeschnitten und analysiert habe, sich als echter Steinmeteorit herausgestellt hat. Das nur als kleine Zwischenbemerkung, dass sowas Seltenes dann einem auch mal wieder fahren kann. Doch jetzt steigen wir ein ins Hauptthema Meteoritenkrater. Lassen wir die beiden auch noch sitzen, dass sie auch was davon haben, zum Kernthema pünktlich gekommen. Anhand des Nöttlinger Rieses möchte ich Ihnen mal zeigen, wie so ein Meteoriteneinschlag größeren Ausmaßes stattfindet. Damals, vor 15 Millionen Jahren, hat ein Asteroid von ungefähr 1 Kilometer Durchmesser die Erde getroffen, kam mit 20 Kilometer pro Sekunde an und der hatte auch sogar noch einen kleinen Trabanten, einen kleinen Begleiter, der wesentlich kleiner war und etwa 40 Kilometer weiter westlich eingeschlagen ist. Im Moment des Kontaktes dieses Körpers mit höchster Geschwindigkeit mit der Erde kam es zu Aufschmelzungen von irdischem Gestein, die in eine Art Jet ausgeschleudert worden sind. Also Gestein ist blitzartig durchgeschmolzen, ausgeschleudert worden, ist dann in der Atmosphäre sehr schnell wieder abgekühlt und diese kleinen Glastropfen, die dabei entstanden sind, sind vom Nöttlinger Ries bis nach Böhmen und Meeren, bis nach ins heutige Tschechien geflogen und können heute dort als sogenannte Moldavite aufgesammelt werden. Sind all das gleich mit dem Ries und ein Beweis auch dafür, dass es damals einen Meteoriteneinschlag gegeben hat vor 15 Millionen Jahren. Nach wenigen Millisekunden ist der Asteroid schon fast einen Kilometer tief ins Erdreich eingedrungen, er wird komprimiert, er wird komplett geschmolzen, also das Material dieses ein Kilometer großen Asteroiden ist komplett geschmolzen und verdampft davon ist kein substanzieller Partikel mehr übrig geblieben, das ist alles nur noch in Spuren erhalten und kann heute nur noch in Spuren nachgewiesen werden. Also so große Körper gehen bei einem Einschlag dieser Größenordnung kaputt und verloren. Bereits nach 10 Sekunden hat sich ein riesengroßer Krater, größer als er heute ist, von etwa 5 Kilometer Tiefe und etwa 10-15 Kilometer Durchmesser gebildet und alles Material des Meteoriten und vieles irdische Material ist in einer geschmolzenen Glutwolke bis in die Hochatmosphäre geschleudert worden. Irrtisches Material wird hier in dieser roten Zone komplett geschmolzen und hier in dieser gestrichelten Zone wird es stark zerrüttet, fragmentiert und zerstört. Dann kommt es zu einer Art Rückfederungseffekt der Erde. Es entsteht ein kleiner Zentralberg und nach etwa einer Minute einer ganz heftigen und starken Bewegung in diesem Gebiet hat sich das Ganze so weit beruhigt, dass die heutige Kraterform von etwa 20 Kilometer Durchmesser entstanden ist. Fragmente aus unterschiedlichen Gesteinsschichten sind hier ausgeschleudert und abgelagert worden. Daraus besteht das heutige Material, das Einschlagsgestein, das als Beleg für den Meteoritenkrater gilt, das man heute noch hier an der Oberfläche finden kann. Und dann ist natürlich das geschmolzene Material alles abgekühlt und wieder auf den Boden herabgeregnet. Auch solche geschmolzenen Glasfladen kann man heute noch finden. Und nach, ja gut, zehn Minuten, Viertelstunde ist der Krater sozusagen fertig. Er hat dann natürlich über die Jahrmillionen viele, viele Veränderungen erfahren, sodass er heute zwar noch nachweisbar, aber längst nicht so gut erkennbar ist wie zum Beispiel der Arizona-Krater. Ich sagte Ihnen, durch die Erdatmosphäre wird unsere Erde sehr, sehr gut geschützt vor solchen Einschlägen. Und doch ist es in der Erdgeschichte nachweislich 184 Mal passiert, dass es einen Meteoriteneinschlagskrater gegeben hat. Sie sehen hier an den roten Punkten, die Verteilung dieser Krater auf der Erde hängt natürlich auch davon ab, wie gut ein Kontinent wissenschaftlich untersucht ist, wie gut dort auch die Suchbedingungen sind. Sie sehen, in Asien gibt es relativ wenig, weil dort einfach durch die ganz extrem starke Vegetation eine Suche nach solchen Kratern sehr schwierig ist. Da oben steht 184 nachgewiesene Meteoritenkrater. Nun ist natürlich die Frage, wie weist man sowas nach? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, entweder wenn man im Umfeld des Kraters echte Meteorite findet. Das ist simpel und einfach und hundertprozentig. Dann gibt es bestimmte Gesteine, die durch den Meteoriteneinschlag verändert werden. Auch die sind ein Nachweis. Es gibt sogenannte Strahlenkalke oder Shattercones. Und diese Nachweismöglichkeiten zeige ich Ihnen jetzt mal als Bild. Das ist ein echter Eisenmeteorit, so ähnlich wie ich auch hier einen als Beispiel mitgenommen habe. Das ist natürlich easy, wenn man sowas im Kraterumfeld findet, dann ist die Sache geklärt und zweifelsfrei bewiesen. Aber auch Einschlagsgesteine wie dieser Suevit aus dem Nördlinger Ries, wo also geschmolzene, zerbrochene, zerrüttete Komponenten aus oberflächennahen und tiefen Erdschichten völlig bunt durchgemischt sind. Auch sowas ist ein Nachweis für Meteoriteneinschlag, weil sowas durch geologische, tektonische Verschiebungen eigentlich niemals entstehen kann, auch nicht durch Vulkanismus. Und dann gibt es die sogenannte Strahlenkalke. Das sind Gesteine, auf die die Druckwelle des Meteoriteneinschlags, die ja ganz enorme Drücke erzeugt hat, sozusagen eingeprägt wurde. Man sieht dann so Streifen und Striemen und Fachleute, die sich mit sowas länger beschäftigen können, so solche Striemen dann als Strahlenkalke identifizieren. Und auch die sind ein eindeutiger Nachweis für Meteoritenkrater. Wir haben auf der Erde einen Krater, der ist 2,3 Milliarden Jahre alt. Und dort gibt es noch solche Strahlenkalke, die eben die meteoritische Entstehung nachweisen. Wenn das alles nicht klappt, aber man doch einen Verdacht hegt, das könnte ein Krater sein, dann gibt es noch was Spitzfindiges für Mineralogen. Die untersuchen dann Quarzkörner, schleifen die an und untersuchen sie mikroskopisch. Und in diesen Quarzkörnern treten durch die Schockwelle, durch den hohen Druck, eben planare Elemente, solche parallelen Linien, solche Deformationen auf. Da braucht man aber sehr viel Erfahrung, um sowas interpretieren zu können. Ich möchte Sie jetzt auf eine Reise mitnehmen durch die Zeit zurück vom jüngsten Meteoritenkrater, den wir kennen, der ist gerade mal acht Jahre alt, bis zum ältesten von einigen Milliarden Jahren, möchte ich Ihnen einige Beispiele zeigen. Keine Sorge, kommen nicht alle 184. Im September 2007 ging durch die Zeitung eine Meldung, dass in Peru in der Nähe von Caracas plötzlich ein Loch entstanden ist, nachdem vorher eine Feuerkugel zu sehen war. Und dann hat man natürlich gewöhnt, es könnte sich hier bei diesem Loch von 15 Meter Durchmesser um einen Meteoriteneinschlag handeln. Man hat aber leider kein Material gefunden, denn im direkten Kraterumfeld war nichts zu sehen, denn die Hauptmasse des Asteroidenfragments ist hier eingeschlagen und explodiert. Aber im Vorfeld, kurz vor dem Einschlag, ist einige Kilometer weiter weg, einiges Material abgebröselt und abgeregnet und das konnte man dann identifizieren. Hier sehen Sie echte Gesteinsmeteorite von einer schwarzen Schmelzkruste umgeben, also echte Meteorite, damit war die Sache klar. Das war eine Feuerkugel, ein Meteoritenfall und ein Meteoritenkrater, der jüngste, den wir kennen und beobachten konnten. Ganz berühmt war 1947 ein Fall in Sibirien, der Fall von Sikote-Alin. Wenn Sie ab und zu auch mal auf Mineralienmessen gehen und vielleicht sich für einen Meteoriten schon mal interessiert haben und einen preisgünstigen suchten, haben Sie vielleicht so einen Sikote-Alin-Meteoriten gefunden, vielleicht sogar zu Hause, denn da sind zigtausende von schönen Eisenmeteoriten gefunden worden und auch geborgen worden. Sie sehen hier ein respektables Beispiel von 80 Kilogramm Masse. Es ist etwa so groß wie ein großer Brotlaib. Das Material ist natürlich sehr, sehr schwer, hat eine hohe Dichte von fast 8 Gramm pro Kubikzentimeter. Was diesen Fall auszeichnet, ist eben die Tatsache, er wurde im Fall beobachtet. Das Material wurde sehr frisch geborgen. Sie sehen hier, er ist überzogen von einer blau-schwarzen Schmelzkruste, die eben beim Fall entstanden ist. Über die Jahrzehnte, Jahrhunderte, würde so eine Schmelzkruste verrosten, korrodieren. Es handelt sich ja um Eisen und sieht dann so rostig-braun aus. Nicht mehr ganz so attraktiv, aber bei dem Sikotialin-Fall sieht man also noch die ursprüngliche frische Schmelzkruste. Anhand dieses Falls, wo zehntausende Stücke gefunden worden sind und wo es auch Einschlagskrater der größeren Stücke gab, konnte man sehr schön nachvollziehen, wie eine Hauptmasse in verschiedenen Stadien in kleinere Stücke zerbrochen ist. Die kleineren landeten hier und die größeren, die etliche Zentner bis Tonnenwogen, die haben dann hier im Endbereich des Streufeldes ein paar Einschlagslöcher erzeugt. Das sind jetzt keine eigentlichen Meteoritenkrater, aber als Meteoritenkrater bezeichnet man solche Krater, wo es also einen explosiven Auswurf gegeben hat. Aber trotzdem als schönes Beispiel wollte ich das hier mit aufführen. Meistens sind Meteoritenkrater Einzelkrater, Einzelereignisse. Beim Nördlinger Ries hat man schon zwei und wir kennen in Australien ein Kraterfeld, das ist über 4000 Jahre alt, wo 13 Krater auf einem kleinen Gebiet versammelt sind. Da hat es also bei dem Einschlag des Asteroiden kurz vor dem Auftreffen auf die Erde wohl ein Zerbrechen der Eisenbrocken gegeben, so dass dann größere und kleinere Krater entstanden sind. Aufgrund der großen Masse und der großen Geschwindigkeit gab es da aber keine große seitliche Bewegung natürlich, sondern sind die alle sehr nahe beieinander. Sie sehen, das ist das Kraterfeld und das ist ein Maßstab von einem halben Kilometer. Also das sind 200 mal 300 Meter, auf diesem Bereich befinden sich diese Meteoritenkrater. Also wenn es mehrfach Krater gibt, dann liegen die alle sehr eng beieinander. Ich war schon zweimal bei diesem Kraterfeld in Hanbury, Australien, hier auch mit meiner Frau zusammen. Wir haben dort auch 5000 Jahre fast nach dem Einschlagsereignis noch Eisenmeteorite finden können. Die liegen natürlich nicht an der Erdoberfläche, sondern man muss mit einem Metalldetektor danach suchen und muss die dann ausgraben und wir haben aber ganz schön dort gefunden. Es empfiehlt sich bei Meteoritenkratern, wo man weiß, dass es Eisenmeteorite gibt, mit Metalldetektoren zu suchen. Versuchen Sie das nicht hier auf dem nächsten Acker, da finden Sie alles Mögliche. Römische Münzen, keltische Eisenbrocken, aber wahrscheinlich keine Meteorite. Also da muss man gezielt suchen. Jetzt kommen wir zu einem ganz interessanten Fall, zum Jebel Kamilkrater im Sudan, der auch schon ungefähr 5000 Jahre alt ist, aber der entdeckt worden ist durch eine Google Earth-Suche. Wissenschaftler haben sich gedacht, Mensch, prima, wir haben ein tolles Werkzeug mit Google Earth, können wir uns auf der ganzen Erde umschauen, gucken wir doch mal nach kreisrunden Strukturen, die so ausschauen, als könnten sie Meteoritenkrater sein. Viele waren irgendwelche Sinkholes, Erdeinbrüche, aber in einem Fall sind italienische Forscher fündig geworden an der Grenze zwischen Ägypten und Sudan, haben sie dieses Loch am Luftbild gesehen und haben im Jahr 2010 dann dorthin eine Expedition gemacht und fanden einen völlig unberührten, bislang unbekannten Meteoritenkrater, der mit Sand aufgefüllt ist, aber einen wunderschönen Ringwall hat, jetzt muss ich gleich mal schauen, die Größe 45 Meter Durchmesser, also überschaubar groß und das Schöne war, man hat rund um diesen Meteoritenkrater wunderbar die Verteilung von Eisenmeteoriten studieren können. Da war offensichtlich noch niemand und die haben dann eine große Menge solcher Eisenmeteoriten gefunden. Hier der größte hatte 80 Kilo, die meisten waren im Bereich von wenigen Kilo oder einigen hundert Gramm und ein Originalstück, dieses Scheppel-Kamil-Meteoritenkrater, habe ich Ihnen auch mitgebracht. Damit jeder die Chance hat, so einen echten Meteoriten auch mal anzufassen, würde ich den jetzt einfach durchgeben und kann jeder mal in die Hand nehmen, die Dichte fühlen und vielleicht, ja, manche spüren auch die kosmische Kraft, habe ich gehört. Können wir aber nicht dazu. Ja, das war die jüngste Entdeckung eines älteren Meteoritenkraters, eben durch diese Kugel-Aussuche. Gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. Hier in Europa, 10.000 Jahre alt, sind die Morasko-Krater in Polen. Man findet hier ein paar Seen und man weiß seit etwa 100 Jahren, dass um diese Seen herum auch Meteorite zu finden sind. Man muss mit ganz speziellen Detektoren danach suchen, die sind sehr tief im Boden, aber man findet auch nach so langer Zeit in diesem feuchten Klima Mitteleuropas, findet man noch Eisenmeteorite und konnte die natürlich eindeutig nachweisen. Wenn man Eisenmeteorite schneidet, poliert, anäzt, dann sieht man so ein Netz von sogenannten Wittmannstädtischen Strukturen. Das ist also ein Gitternetz des Nickel-Eisen-Gemisches, das nur in Meteoriten auftritt, denn nur Meteorite haben so viel Nickel und nur Meteorite sind im Weltall bei ihrer Entstehung so langsam abgekühlt, dass ich diese Kristallstruktur ausbilden konnte. Jetzt ein paar Details noch zu dem wunderschönen Arizona-Krater in der Nähe von Flextef. Er hat einen Durchmesser von 1,2 Kilometer, ist 200 Meter tief und wurde durch ein vergleichsweise kleines Objekt geschlagen. Das Objekt, das diesen Krater erzeugt hat, war aus Eisen, war etwa 20 Kilometer pro Sekunde schnell und war so groß wie dieser Laserpunkt und hat durch seine Einschlagsenergie dieses große Loch gerissen. Ich hatte zusammen mit meiner Frau vor etwa zehn Jahren die einzigartige Möglichkeit, mit dem Kraterforscher Gene Schumaker, der in den 60er Jahren auch das Ries als Meteoritenkrater entdeckt und nachgewiesen hatte, eine Tour durch diesen Arizona-Krater zu machen. Wir waren einen Tag mit Gene Schumaker unterwegs im Krater. Er hat uns die Entstehung und die Veränderung der Gesteine dort erklärt. Also er und seine Frau große Geologen und Astronomen, die sicher alle von Ihnen kennen. Die Schumakers waren auch sehr intensiv unterwegs in Australien, haben dort Krater erforscht. Einer der Krater ist sogar nach Gene Schumaker benannt. Leider ist Gene 1997 bei einem Verkehrsunfall tödlich verunglückt in Australien, ist also in dem Land leider geblieben, das er so sehr geliebt hatte und wo er die Krater untersucht hat. In diesem Land Australien, das eine sehr große, alte, trockene Oberfläche hat, erhalten sich Meteoritenkrater auch wesentlich besser als hier bei uns in Europa. Und da findet man den Wolf-Krieg-Krater in Westaustralien, ein Paradebeispiel, mit dem Ringwall, einem flachen Boden und auch nach 300.000 Jahren einigermaßen verrosteten, aber immerhin noch nachweisbaren, Meteoritenresten. Jetzt kommen wir aber schon in die 15 Millionen Jahre Ära, sind beim Nördlinger Ries angelangt, das durch einen 1 Kilometer großen Körper geschlagen wurde und 24 Kilometer Durchmesser hat. Und da ist es eben interessant, hier die Kratergröße heute noch festlegen zu können, trotz der ganzen geologischen Veränderungen und an diesen roten Aufschlüssen, an diesen Stellen, wo rote Markierungen sind, dort wird dieses Krater, Einschlagsgestein, das sogenannte Suevit, gefunden. Das sieht so aus. Eine komplett durchgeschmolzene Grundmasse in Rot ist also durchsetzt von Gesteinsfragmenten aus unterschiedlichen Tiefen. Von Erdoberfläche bis runter zu 5 Kilometer Höhe bis zu den Graniten ist hier alles bunt durchgemengt und vermischt zu einer Impaktschmelze, die eben als Nachweis für den Meteoriteneinschlag gilt. Hier noch eine andere Art dieses Suevitz ist also hochinteressant, den zu untersuchen und hier in diesen kleinen Quarzkörnchen findet man auch die besagten planaren Elemente. Ich sagte Ihnen, dass geschmolzenes Material hochgeschleudert wurde, dann abgekühlt ist und dabei sind auch aerodynamisch geformte Glasbomben dann wieder heruntergeregnet. Auch sowas, solche Flädle, wie es die Schwaben nennen, findet man auch heute noch auf den Äckern um das Ries herum. Sind also sehr schön, ästhetisch schön, wie auch andere Einschlagszeugen, nämlich diese Belemniten. Wer sich ein bisschen mit Versteinerungen auskennt, weiß vielleicht, dass diese Belemniten Innenskelette von Tintenfischen waren. Und die waren schon, die haben vor 150 Millionen Jahren gelebt, waren also schon lange fossil und vor 15 Millionen Jahren dann, also relativ kurz vor unserer Zeit, hat es dann einen großen Einschlag im Nördlinger Ries gegeben und durch die Druckwelle sind diese Fossilien dann geknickt worden, in Scheibchen zerlegt und nachher wieder verpacken. Sowas kann man also heute finden, ist ein Nachweis, dass hier eine Druckwelle durchgelaufen ist. Das ist allerdings nicht hinreichend für einen Meteoriteneinschlag, wenn man nur sowas finden würde, denn das gibt es auch manchmal bei tektonischen Verschiebungen. Etwa 40 Kilometer weiter westlich liegt das kleinere Steinheimer Becken. Nur vier Kilometer im Durchmesser zeigt einen wunderschönen Zentralberg und einen Ringwall. Wenn Sie mal dort hinkommen, fahren Sie durch den Süddurchstich, durch den Ringwall durch und steigen hier auf den Berg hoch. Das ist ein Aussichtspunkt, dann übersehen Sie diesen gut erhaltenen Krater eigentlich wunderbar. Und dort hat man erstmalig in der Geschichte diese Strahlenkalke, die Shatter Cones gefunden, wo die Druckwelle des Einschlags sich in das Gestein, in den Kalk eingeprägt hat. Jetzt kommen wir zu einem gefährlichen Ereignis, das war vor 65 Millionen Jahren. Da kam dann ein richtig großer Asteroid auf die Erde zugerast. Er hatte circa 10 Kilometer Durchmesser und das ist eine Klasse, die der Erde eben gefährlich werden kann und hat in Mittelamerika im Golf von Mexiko eingeschlagen, halb auf Land, halb im Meer und hat einen Krater von fast 200 Kilometer Durchmesser erzeugt. Durch diesen Einschlag ist so viel irdisches Gestein hochgeschleudert worden als Staub, dass es sich um die ganze Erde verteilt hat. Das hat dazu geführt, dass also erstens mal viel Staub in der Atmosphäre war. Es gab riesige Brände, die gewütet haben und die haben dazu geführt, dass sich das Sonnenlicht verdunkelt hat. Für Monate, vielleicht für Jahre und dadurch konnte also die Vegetation auf der Erde nicht mehr gedeihen und die ganze Nahrungskette ist unterbrochen worden und das führte also dazu, dass viele Tierarten, 80 Prozent der Tierarten, unter anderem die letzten Dinosaurier von der Erde verschwunden sind. Damals. Das ist also ein einschneidendes Ereignis. Deswegen markiert diese Zeit vor 65 Millionen Jahren auch die Grenze zwischen zwei Erdzeitaltern, zwischen Kreide und Tertiär. Die Kreide vorher war sehr faunenreich und danach hat sich also die Tierwelt auf der Erde völlig verändert, hat aber dazu geführt, dass auch andere Tierarten wie kleine Säuger gegen die übermächtigen Dinosaurier erstmals eine Chance hatten und sich dann praktisch aufgeschwungen haben letztendlich zum Beherrscher dieser Welt. Ein ganz alter Meteoritenkrater von 143 Millionen Jahren Alter, den finden wir auch noch in Australien. Sie sehen hier den Gosses Bluff-Krater, eigentlich riesengroß, 22 Kilometer groß, so wie das Nördlinger Ries, erkennbar, heute noch an diesem Ringwall, den Sie hier in der Seitenansicht sehen. Von dem äußeren Ring sieht man praktisch nichts mehr, nur den aufgewölbten Zentralberg, wo es auch wunderschöne Strahlenkalke zu finden gibt. Und letztlich einer der ältesten Krater, die durch Strahlenkalke nachweisbar sind, ist der Fredefordring in Südafrika, 2,2 Milliarden Jahre alt, riesengroß, mit 300 Kilometern Durchmesser, aber eindeutig zu belegen durch solche Strahlenkalkfunde. Und da mutet es jetzt etwas seltsam an, wenn eine Gruppe von Hobbyforschern in Bayern behauptet, wir hätten nicht nur das Nördlinger Ries und das Steinheimer Becken, nein, es gibt noch einen dritten Meteoritenkrater in Süddeutschland, ja, es gibt ein riesengroßes Kraterfeld sogar, die sogenannten Chiemgau-Krater. Wer hat denn schon mal von den Chiemgau-Kratern von Ihnen gehört? Es sind etliche Fernsehberichte darüber gekommen, dass angeblich die Kelten, dass den Kelten der Himmel auf den Kopf gefallen wäre und dass es also angeblich einen Meteoritenkrater Streufeld im Chiemgau geben soll. Das Ganze soll 2500 Jahre alt sein, ist also geologisch extrem jung und es soll ein Feld von 80 Kratern auf einer riesengroßen Fläche von 50 mal 30 Kilometern sein. Das Ganze klingt von der Behauptung her schon nochmal völlig unglaubwürdig, weil Meteoritenkrater Streufeld generell sehr klein und kompakt sind und weil auch keinerlei Nachweis von dieser Hobbyforschergruppe gebracht werden konnte. Die stellen immer nur Behauptungen auf und machen Fernsehsendungen und Zeitungsberichte und im Internet riesengroßen Auftritt. Die Fachwelt stöhnt eigentlich nur auf über diesen hanebüchenen Blödsinn, der dort erzählt wird, aber es wird permanent im Fernsehen wiederholt. Ein paar Bilder zeige ich Ihnen auch, diese 80 Krater, die es dort auf 60 mal 27 Kilometer Größe geben soll, sind zum Teil Überreste der Eiszeit, also durch den Rückzug der Gletscher haben sich eben solche Löcher und dann auch Seen gebildet. Es sind anthropogene Löcher, die von Menschenhand gemacht worden sind. Es sind zum Teil Rennöfen, die gebaut worden sind, um Eisenverhüttung zu machen, also es lässt sich alles recht zwanglos erklären und als Resümee, wenn Sie was von dem Kimgau-Impact gerade hören, vergessen Sie, es ist ein Werbegeg vielleicht der Tourismusindustrie, jedenfalls vom Wissenschaftlichen her, ist es leider ein völliger Blödsinn. Wir wollen uns jetzt aber wieder den echten Asteroiden und Meteoriten und ja möglicherweise auch den Gefahren etwas näher widmen. Man hat im Jahr 2004 einen Asteroiden entdeckt, der im Jahr 2029 richtig nahe an die Erde rankommen wird. Man gab ihm gleich den bedeutungsschwangeren Namen Apophis und der wird nach den Berechnungen der Astronomen am 13. April 2029 auf dieser Bahn hier in ein Zehntel Mondentfernung an der Erde vorbeischrammen. Also das ist die Mondbahn und das ist die Erdbahn, also in gerade mal 30.000 Kilometer Höhe oder Entfernung von der Erde zieht er hier vorbei. Wir wissen aber genau, er wird die Erde nicht treffen, er wird leicht abgelenkt von der Erde und möglicherweise beim nächsten Wiederkommen kann es noch etwas enger werden, aber das ist alles Spekulation. Man hört ja öfter mal in den Gazetten die Meldungen Asteroiden Einschlag in 10 oder 20 Jahren möglich und dann nach ein paar Wochen und Monaten hört man gar nichts mehr oder man hört eine Entwarnung. Woher kommt denn das? Das ist ganz einfach, wenn ein Asteroid entdeckt wird, dann hat man meistens nur zwei oder drei Beobachtungen, aus denen man zwar eine Bahn rechnen kann, die Unsicherheit dieser Bahn ist aber sehr groß. Das heißt, das hier sind die möglichen Bahnen, die so ein Asteroid ziehen kann mit einer sehr großen Fehlerquote, Fehlergrenze. Da kann zu Anfang die Erde im Einschlagsbereich dieses Asteroiden liegen. Wenn man dann mehrere Beobachtungen hat über einige Jahre und die Daten genauer werden, dann wird die Bahn immer präziser und genauer festlegbar und dann hat sie nur noch eine enge Fehlergrenze und dann liegt Gott sei Dank bisher in allen Fällen die Erde außerhalb des Einschlagsfensters. Man konnte also bisher immer Entwarnung geben. Es gibt nur einen einzigen belegten Fall, wo man einen Asteroiden entdeckt hat und er kurz darauf auf der Erde eingeschlagen ist. Das war im Herbst, im Oktober 2008. Da hat man einen sehr kleinen, fünf Meter großen Asteroiden entdeckt in den USA und hat dann berechnet, dass der ungefähr 20 Stunden später im Sudan einschlags und tatsächlich ist diese Feuerkugel damals beobachtet worden von einem Flugzeug aus. Vom Meteor-Sat gibt es Bilder und man konnte also dann abschätzen, das Militär hat da auch noch ein paar Daten geliefert, die uns leider nicht zugänglich sind, aber die konnten das so genau berechnen, dass man systematisch nach den Überresten dieses Asteroiden suchen konnte und man hat wirklich an der Grenze zwischen Sudan und Ägypten hat man dann ein kleines Streufeld gefunden und hat diese frisch gefallenen schwarzen Steinmeteorite gefunden. Und das war eine große Sensation. nicht die Tatsache, dass es ein neuer und frischer Fall war, nicht die Tatsache, dass es der erste Asteroid war, den man im Absturz beobachtet hat. Man hat in diesem Streufeld verschiedene Typen von Meteoriten gefunden, die aber ganz, ganz sicher vom Alter her, vom irdischen Alter, alle gleichzeitig auf die Erde gekommen sind. Das heißt, was da runtergefallen ist, ist es nicht ein homogener Steinmeteorit eines bestimmten Typs, wie der Neuschwansteinmeteorit oder der Machtensteinmeteorit, der da bei Dachau gefunden worden ist oder nahezu alle anderen Meteoritenfälle, die wir kennen, waren immer homogen, eine Stoffklasse. Und hier hat man drei oder vier verschiedene Stoffklassen zusammengefunden. Das stützt also die Theorie, dass Asteroiden nicht alle homogen aufgebaut sind, sondern vor allem in ihrem Randbereich, in ihrem Oberflächenbereich, eben durch Einschlag von anderen Körpern, die dort draufgefallen sind, auch sehr unhomogene Bereiche haben können. Und so ein Oberflächenmaterial ist da im Sudan, in Al-Mahata-Sitta abgestürzt und hat also die Wissenschaft eigentlich einen Riesenschritt weitergebracht durch die Vielfältigkeit des Materials, das dort gefunden werden konnte. Ich hatte Ihnen versprochen, nicht nur über Meteorite und Meteoritenkrater zu erzählen, sondern auch über diese Grauzone, über diesen Zwischenbereich. 1908, am 30. Juni, ist dieses Ereignis passiert an der steinigen Tunguska in Sibirien, das heute die Leute noch rätseln lässt. Manche wollen auch weiter darüber rätseln, vor allem die Russen haben da sehr viele Fantasie, obwohl das 100 Jahre nach diesem Ereignis jetzt eigentlich wissenschaftlich geklärt ist, was da passiert ist. Tunguska liegt hier in Zentralsibirien, in der Nähe der Transsibirischen Eisenbahn, deren Reisende am Morgen des 30. Juni um 7 Uhr eine grelle Feuerkugel gesehen haben, auch Detonationen gehört haben und erforschen konnte man dieses Ereignis, was da passiert sein konnte, leider nicht sofort. Weder die politischen Verhältnisse noch die logistischen waren gut genug, um das Ereignis damals zu klären. Es hat fast 20 Jahre gedauert, bis ein russischer Wissenschaftler Kulik vorgedrungen ist, bis in das Gebiet, wo man einen Meteoriteneinschlag vermutet hat. Und was hat er dann gefunden? Er hat keinen Krater gefunden, er hat keinen Meteoriten gefunden, sondern nur einen total verwüsteten Wald. Ein Wald, ein Waldgebiet von der Größe des Saarlandes, das ausgehend von einem Zentrum radial nach außen völlig geknickt und zerstört war. So hat es dort ausgesehen, als Kulik dort 1927 mit einer Expedition hingekommen ist. Für ihn war es schleierhaft, wie sowas passieren kann ohne Einschlagskrater. Wir heute können aber mit Simulationen nachempfinden, was dort wirklich passiert ist und rechts sieht man also diese Simulation wie ein etwa 60 Meter großer Steinmeteorit mit 20 Kilometer pro Sekunde unter einem schrägen Winkel eingetreten sein muss und in etwa 8 Kilometer Höhe, da sind wir jetzt, nach etwa 15 Sekunden Flugzeit eine so dichte Atmosphäre Schicht erreicht hat, dass er dort zerplatzt ist in lauter kleine Fragmente. Und dieses zerplatzen, diese gigantische Detonation hat sich dann bis auf den Boden natürlich fortgepflanzt und hat dort die Zerstörung des Waldes verursacht. Das war eine riesige Energiemenge, das waren fünf Megatonnen TNT, die damals in die Erdatmosphäre explodiert sind. Also ein Ereignis, wie wir es uns über einer Großstadt natürlich nicht wünschen können, denn das wäre eine katastrophale Vernichtung einer Stadt wie München, Moskau, London, die wären total dem Erdboden gleichgemacht worden durch diese gigantische Druckwelle. Einen leichten Vorgeschmack oder Nachgeschmack dieses Ereignisses hatten wir etwa vor zweieinhalb Jahren, am 15. Februar 2013, war ja der Meteoritenfall von Schelyabinsk. Und da hatten wir etwa ein Zehntel der Energie, die hier in die Atmosphäre reingekommen ist, einen Körper von fast 20 Meter Durchmesser, also wesentlich kleiner, der in einer flachen Bahn, wo es also viel Abrieb, viel Ablation gab, in die Erdatmosphäre eingedrungen ist. Ich habe damals früh meinen Computer aufgemacht, die neuesten Meldungen und Videos angeguckt und sah dieses Video einer Feuerkugel. Und zuerst dachte ich, das ist viel zu schön, um wahr zu sein, das hat jemand gefakt, wie es halt manchmal passiert. Das wäre ja ein Parademeteoritenfall, aber genau das war es. Denn es gibt sehr, sehr viele Amateurvideoaufnahmen durch Autokameras und eine dieser Aufnahmen der Feuerkugel wollen wir uns jetzt mal anschauen. Ein Polizeiauto hält hier an der Ampel, so als müsste es bei Rot extra für die Feuerkugel halten, die jetzt links oben ins Bild kommt. Die Kreuzung gleisend hell erleuchtet und nach etwa 15, 20 Sekunden verlöscht. Die Leute, die zur Arbeit gehen, die gucken da nicht mal hin. Also die müssen recht abgebrüht sein, die Russen, dass sie sowas nicht mal beachten. Gut, das visuelle Ereignis, die Feuerkugel ist vorbei, jetzt kann das Polizeiauto weiterfahren, seine Fahrt fortsetzen. Und was danach kam, in den nächsten Minuten, war auch noch ganz ästhetisch schön. Das war nämlich die Rauchspur, die diese Feuerkugel erzeugt hat. Es gab ja wahnsinnig viel Abrieb. Wir haben hier es zu tun mit einer Masse von ungefähr 12.000 Tonnen, die in der Erdatmosphäre aufgerieben worden ist und nur etwa eine Tonne Material von diesen 12.000 Tonnen ist übrig geblieben aufgrund der flachen Flugbahn. Und Meteoritenmaterial und vor allem natürlich Wasserdampf aus der Atmosphäre ist hier zu sehen in dieser Rauchspur, Rauch- und Dampfspur, die sich in etwa 20 Kilometer Höhe gebildet hat. Die ist dann etwas verblasen worden durch die Winde und während viele Augenzeugen des Ereignisses das noch angesehen haben, gab es einen riesengroßen Schaden in der nahegelegenen Stadt Chelyabinsk. Denn ähnlich wie bei Tunguska gab es eine Druckwelle, die zur Seite weggegangen ist und die tausende von Häusern zerstört hat, vor allem Fensterfronten, manche Dächer sind eingestürzt und 1500 Leute sind also durch Glassplitter, durch herumfliegende Glassplitter verletzt worden. Das war also eine ganz schlimme Sache, weil die Leute eben nicht vorbereitet waren drauf, wenn man eine schöne Feuerkugel sieht am Fenster, dann sollte man tunlichst vom Fenster dann weggehen. Wenn die Druckwelle kommt, kann es sonst sehr schmerzhaft werden. Das war also der Schaden, den die Leute in Chelyabinsk hatten. Aber selten ein Schaden, wo kein Nutzen ist, denn entlang der Feuerkugelbahn gab es nach dem Verlöschpunkt viele tausende Fragmente von Meteoriten, die dann entlang der Feuerkugelbahn niedergegangen sind und die sind natürlich 15. Februar im Ural im Schnee, in den Schnee eingedrungen. Und findige Leute, die von dem Meteoritenfall gehört hatten, haben dann die Schneedecke abgesucht und haben so kleine Schmelzpünktchen gefunden, haben dort nachgegraben und unter diesen Schmelzpunkten, so in 20, 30 Zentimeter Tiefe, kamen dann echte Steinmeteorite heraus. Das war wie es Pilze suchen dort. Keine einfache Arbeit, aber sehr, sehr erfolgreich. Ich habe also einige Monate nach dem Meteoritenfall einen Russen aus Chelyabins getroffen, der dort viele Kilo Material gesammelt hat, ganz, ganz frisch nach dem Fall. Der hat damit so viel Geld verdient, wie er wahrscheinlich in seinem ganzen Leben durch reguläre Arbeit nicht verdient hätte. Und einen dieser Meteoriten, den der Mann gefunden hat, habe ich Ihnen auch mitgebracht. Sie dürfen dann, wenn Sie Interesse haben, gerne zu mir vorkommen. Das ist also ein super frisches Exemplar, auch ein bisschen empfindlich, darum werde ich es gerne hier behalten. Kleine Stücke gab es wohl einige Zehntausende, die waren so groß wie ein Fingernagel. Einige wenige Stücke im Kilogrammbereich sind damals auch von Wissenschaftlern dann untersucht worden. Man hat festgestellt, es ist ein ganz homogener, klassischer Steinmeteorit vom Typ LL5, was einfach heißt. Er hat Eisen drin, aber relativ wenig Eisen und er ist also stark fragmentiert im Inneren, stark zerrüttet. Das kommt also durch Einschlagsereignisse, die der Asteroid im Weltraum erlitten hat. Letztlich ein wunderschönes Paradebeispiel, ein Steinmeteorit mit einer hauchdünnen schwarzen Schmelzkruste, der kurz nach dem Fall gefunden wurde. Für die Wissenschaft deswegen auch interessant, weil man Tage danach, nach dem Fall, schon Radioisotope messen konnte und die zerfallen ja sehr schnell, viele von denen und man möchte also möglichst frische Meteorite haben, um die wissenschaftlich analysieren zu können. Das war in dem Fall möglich. Jetzt hat man kurz nach dem Fall auch gehört, dass es ein großes Loch in einem See geben soll, der etwa 40, 50 Kilometer weiter westlich von Chelyabinsk bei Dscheparkul liegt. Ein Loch in einem See von acht Meter Durchmesser. Dass das nicht von jemandem mit der Hand gemacht worden ist, war schnell klar. Und die Vermutung, dass da die Hauptmasse des Meteoriten reingestürzt ist, war fast gesichert. Also hat man sich auf Expedition aufgemacht. Es hat leider sehr lange gedauert, fast ein halb oder über ein halbes Jahr. Erst im Oktober 2013 ist diese Hauptmasse geborgen worden. Und die Wissenschaftler haben sich eigentlich riesig gefreut. Die haben rein theoretisch die Masse auf 500 bis 800 Kilo berechnet, die dort gefallen sein müsste. Und tatsächlich hat man hier diesen Steinmeteoriten von 600 Kilogramm Masse gefunden, unten im Schlamm des Sees. Hat sie dann geborgen. Es war noch nicht die beste Idee, den eisenhaltigen Meteoriten über ein halbes Jahr im See liegen zu lassen. Er war schon sehr verrostet. Ist auch hier, Sie sehen es, durchgebrochen. Man musste ihn dann mühsam trocknen und hat ihn aber jetzt in einem extra eingerichteten Museum in Scheliapinsk ausgestellt. So sieht er heute aus. Sind also die Leute dort wahnsinnig stolz auf ihren Meteoritenfall, haben sogar ein Denkmal gesetzt und es gibt natürlich sehr viel wissenschaftliche Arbeit und schöne Artikel, auch in Stern und Weltraum ist vor einigen Monaten oder letztes Jahr, glaube ich, ist da ein toller Artikel erschienen. Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen jetzt einiges Wissenswerte über Meteorite, über kosmische Einschläge, über die Narben auf der Erde erzählen, die ja letztlich von den Asteroiden und teilweise auch von den Kometen unseres Sonnensystems herrühren. Und eine Frage stellt sich natürlich am Schluss nach so einem Vortrag immer, wie gefährlich ist es dann? Kann uns wirklich der Himmel auf den Kopf fallen? Kann uns ein großer Asteroid wie damals die Dinosaurier wirklich gefährlich werden? Wir haben also eine recht gute Statistik, die ich Ihnen hier mal zeige. Hier die Größe der einschlagenden Körper, genau die Größe der einschlagenden Körper ist hier von einem Meter bis ein Kilometer, zehn Kilometer und hier ist die Größe der eventuellen Krater, die so bei einigen hundert Meter bis hundert Kilometer hier rüber gehen und da ist die Häufigkeit aufgetragen. Wie häufig treten solche Ereignisse auf? Nun, Meteoritenfälle wie der Neuschwanstein, die haben wir mehrere pro Tag weltweit, werden natürlich nicht alle gefunden, kommen aber runter. Dann Ereignisse wie Celia Bins, die können uns alle paar Jahrzehnte ereilen und sogar kraterbildende Ereignisse wie der Arizona Krater, was in der Größenordnung, das liegt schon im Bereich von 100, 200 Jahren. Aber die ganz großen Körper, die Naturkatastrophen für die Erde gefährlich werden können, die sind Gott sei Dank im Bereich von 100 Millionen Jahren. Ausschließen können wir es nicht, wir sollten uns wappnen, wir sollten also Asteroiden gut beobachten und auch Kometen gut beobachten, dass wir sie kennen, wie sind sie beschaffen, auf welchen Bahnen fliegen sie, denn ganz ausschließen kann man es natürlich nicht, dass überraschend so ein Körper auftritt mit einigen Jahren Vorwandzeit. Und es gibt eine kleine Wissenschaftlergruppe am DLR, geleitet von meinem Kollegen Christian Kritzner, der hat sich intensiv damit beschäftigt, was gibt es für Abwehrmöglichkeiten. Wenn Sie sich dafür interessieren, schauen Sie einfach mal in Christians Buch, Kometen und Asteroiden, da ist es sehr schön beschrieben, sehr interessant, auf was für witzige Ideen Wissenschaftler kommen, um sowas abzulenken. Aber eins ist klar, wir brauchen dazu immer eine relativ lange Vorwarnzeit, am besten von mehreren Jahren, damit wir überhaupt eine Chance haben. Beim Fall von Chelyabinsk hatten wir gar keine Chance. Und zwar deswegen, weil dieser Chelyabinsk Asteroid, dieses Asteroidenfragment so eine seltsame Bahn hatte, dass er praktisch aus Richtung Sonne kam, von uns aus gesehen. Wir bewegen uns ja mit der Erde um die Sonne und dieser Asteroid bewegt sich auch um die Sonne und der ist sozusagen scheinbar aus Sonnenrichtung gekommen am Sonnenaufgang am Morgen aus Osten. Das heißt, in den Tagen, Wochen, Monaten vor dem Ereignis konnte man den Körper überhaupt nicht sehen, weil er zu nah an der Sonne war. Ein Jahr, eineinhalb Jahre vorher hätte man ihn gut sehen können, weil er am Nachthimmel war. Dazu ist aber ein 20 Meter Objekt zu klein, zu weit weg. Also wir hätten das Objekt nicht oder haben es nicht vorhersehen können und nicht vorher schon messen können. Also das als Buchtipp zur Wissenschaft und wenn Sie es vielleicht etwas unterhaltsamer wollen und sich trotzdem über das Thema noch ein bisschen erheitern lassen wollen, dann lesen Sie dieses Buch von Bill Nepp hier, Nemesis. Da geht es um einen, die Erde bedrohenden Meteoriteneinschlag. Es ist von einem Asteroidenwissenschaftler geschrieben, aber köstlich spannend unterhaltsam wie in Dan Brown. Also meine Buchempfehlung für alle, die das Thema gerne abrunden möchten. Jetzt bedanke ich mich aber für Ihre Aufmerksamkeit, bevor ich Sie gar mit Informationen erschlage. Dankeschön. Applaus Ich bitte dem zuhören mal sehr. Ja, bitte, selbstverständlich. Schauen Sie mal her, der ist hier in so einer Membranbox eingeschlossen, weil er also noch nie vom Menschenhand berührt worden ist. Er ist also mit Handschuhen aus dem Schnee geborgen worden. Sie sehen eine komplette schwarze Schmelzkruste, hier ist ein Stückchen abgeplatzt. Man sieht das weiße Innere hier hinten, sieht man ein Stückchen von dem weißen Inneren von der Gesteinsmatrix. Man sieht also kleine schwarze Einschlüsse, das sind diese Schockadern, die durch Asteroideneinschläge im Weltraum entstanden sind. Und man sieht ein bisschen, ein kleines bisschen Rost natürlich, nach Stunden schon rostet natürlich manche Mineralien. Ja, hier dürfen Sie mal sehen, so sieht das aus. Bis zum nächsten Mal.